Teil 31 Der Impuls Dienstag, 9.30 Uhr Blue hatte schon vor anderthalb Stunden das Schloss des Arzneimittelschränkchens geknackt. Sie durchforsteten den Schrankinhalt und rollten red aus der Packung. Die Scromax waren wieder komplett und doch trennten sie Welten. Sie warteten schweigend auf das Zeichen. Endlich ertönte in dem gespenstisch leißen Haus die Klingel. Laut und schrill. Ein, zwei, drei, viermal. Sie umhüllten red, setzten zum Sprung an und landeten in der Mitte der Duschwanne. Blue platzierte red und trat zurück. Green setzte als erster den Impuls. Er konzentrierte sich, bündelte seine Energie und transferierte sie in einem Mesonenstrahl zu red. Blue konnte den Energiefluss sehen. Es war fantastisch, völlig abgefahren. Der Fluss geriet ins Schwingen. Green zitterte vor Anstrengung und lenkte den Strahl zurück in seine Bahn. Er hatte das Gefühl zu vergehen, als ob ihm alle Kraftreserven mit einem Schlag unkontrolliert entglitten. Er zwang sich, nicht vorzeitig abzubrechen und trotzte eine Minute. Dann war Green ausgebrannt. Leer. Einem Zusammenbruch nahe. Die Temperatur im Raum war um vier Grad angestiegen. Blue konzentrierte ihre Ressourcen und übernahm. Ihr Mesonenstrahl versiegte nach 32 Sekunden. Mehr ging nicht. Die Raumtemperatur war um ein weiteres Grad gestiegen. Red glühte auf, dann absorbierte sie zügig die Energie. Ihre aufgeheizte Oberfläche kühlte relativ schnell ab. Das war kein schlechtes Zeichen. Und noch war alles im Haus ruhig. Blues Anspannung ließ ein wenig nach. Eine weitere Minute schlich dahin. Im Augenwinkel nahm sie eine abrupte Bewegung wahr. Green lag am Wannenboden. Er transmächste in Zeitlupe zu einem formlosen Klumpen. Noch bevor die Transmexkation vollendet war, analysierte Blue ihn. Er hatte Energie, aber auf niedrigstem Level. In ein paar Stunden war er voraussichtlich wieder fit. Bis dahin musste sie sich um alle beide kümmern. Was sollte sie als erstes tun? Verdammt, sie hatte nicht mehr viel Zeit. Sie mobilisierte ihre verbliebenen Kräfte, umhüllte Red und schnellte mit einem gewaltigen Satz zum Arzneischränkchen. Blue verfrachtete die rote Kugel zurück in die Schachtel und schloss die Tür mit einem heftigen Stoß. Schritte näherten sich. Blue hechtete zurück in die Wanne und versteckte sich und Green hinter dem Duschvorhang. Mrs. Dunsmith öffnete die Badezimmertür, um eine Vase aus dem Einbauschrank zu holen. Erschrocken blieb sie im Türrahmen stehen. Das Bad war aufgeheizt. Sie konnte sich die Temperatur im Raum nicht erklären und eilte zur Gebläseheizung. Sie war ausgeschaltet. Woher kam nur die Wärme? Mrs. Dunsmith öffnete das Fenster und die kühlere Außenluft strömte in das Badezimmer. Erleichtert atmete sie durch. Sie war einfach aufgeregt wegen der Blumen und den Pralinen. Oder vielleicht hatte sie eine dieser plötzlichen Hitzewallungen, von denen sie gelesen hatte. Es wäre normal für ihr Alter. Naja, falls so etwas öfters passieren würde, wäre es schon eine Plage. Sie ließ das Fenster offen, holte eine eierschalenfarbene Vase aus dem Schrank und verließ das Bad. Galau, Dienstag, 12.10 Uhr Joaquin, Inhaber und Wirt der Lisboa Connection, wienerte die Theke, als die ersten Kunden kamen. Die drei setzten sich an den Tresen und bestellten Cappuccini. Galau, bei uns in Portugal heißt Espresso mit heißer Milch Galau und das Getränk schmeckt viel besser, empfahl er. Gut, drei Galau. Und was ist das für ein Gebäck? fragte Chrissy hungrig. Blätterteig-Pastetchen mit Vanillecreme, erklärte der Wirt. Für jeden eins, bestellte Raymond. Das knusprig-süße Gebäck schmeckte köstlich. Der Kaffee war mit viel Milch zubereitet und wurde typisch südländisch mit einem Glas Wasser serviert. Es tat gut, einfach da zu sitzen und nichts zu tun. Raymond verdrückte schweigend zwei weitere Teilchen. Der Wirt schaute ihm respektvoll dabei zu. Und, habt ihr gestern den Zoo gefunden? fragte Joaquin, dem einfiel, dass die Rothaarige am Tag zuvor das ganze Kaffee mit ihrer Frage, wo denn bitte der Zoo sei, aufgescheucht hatte. Oh, ja klar, nochmals danke, antwortete Madison verlegen. Raymond rutschte vom Barhocker und wischte seine klebrigen Finger an der Hose ab. Kann ich das Computer-Terminal da hinten benutzen? Ihr könnt es euch aussuchen, noch ist keins belegt. Madison folgte Raymond. Sie surften in aller Seelenruhe. Chrissy war viel zu hippelig. In ihrem Magen schien nicht die leckere Vanillepastete zu liegen, sondern ein schwerer Stein. Sie rutschte auf ihrem Barhocker hin und her und schaute alle zwei Minuten auf die Armbanduhr. Joaquin trocknete gewissenhaft die Gläser, musterte sie und fragte, bist du Londonerin? Ich komm aus Deutschland, antwortete Chrissy schnell. Deutsch? Du siehst aber gar nicht so aus und sprichst perfektes Englisch. Nun, ich bin eine Promenadenmischung. Der Vater meiner Mutter war Franzose und meine Stiefmutter ist Britin, daher kommt mein gutes Englisch. Ha, du bist ne waschechte Europäerin. Das passt gut zu London. Ich sag immer, in London ist die ganze Welt zu finden. Hä? Schau, hier in Vauxhall ist das portugiesische Viertel der Stadt. Einwanderer aus Portugal haben hier ihren Hafen auf der königlichen Insel gefunden. Aha, Chrissy waren die rot-grünen Banner aufgefallen. Wenn du dagegen mit der U-Bahn in das Viertel Clerkenwell fährst, könnten dir italienisch Kenntnisse von Nutzen sein. Dort liegt Little Italy. Benvenuto. Hast du etwa auch italienische Wurzeln? La mia si è nata nel parte italiano della Svizzera. Ah, wenn ich das richtig verstehe, hast du ne Tante aus der italienischen Schweiz. Stimmt. Chrissy warf zwischendurch Madison einen fragenden Blick zu. Diese schüttelte den Kopf und zuckte bedauernd die Schultern. Falls du an Kuba interessiert bist, das kubanische Viertel South Hawk grenzt an Vauxhall, liegt sozusagen neben Portugal. In London muss die Weltkarte neu gezeichnet werden. Bei den Indern ist das komplizierter. In Wembley und Neesden ließen sich die indischen Hindi nieder. Die Sigs und Punjabi dagegen leben in South Hawk. Joaquin hörte gar nicht mehr auf, über die Ansiedlungen ethnischer Gruppen in seiner Stadt zu reden. Griechische, japanische, australische, tschechische, jüdische, arabische Viertel. Er war nicht zu bremsen. Chrissy nickte höflich, hörte aber nur mit halbem Ohr zu. Und der Stadtteil Brixton, Joaquin sprach mit so eindringlicher Stimme, dass Chrissy aufhorchte, ist das nigerianisch-karibische Viertel. Da geh besser nur tagsüber hin. Schau dir den berühmten Brixton-Markt an. Gemüse, Obst, Reggae-CDs, karibische und afrikanische Spezialitäten. Es lohnt sich wirklich, er ist sehr exotisch. Bei Nacht jedoch musst du dieses Viertel auf alle Fälle meiden. Drogen, Gewalt und Kriminalität. Brixton wird von brutalen Gangs regiert. Brixton? Der Name klingt eher nach englischem Kleinstadt-Meeph. Reihenhäuser, Nierenpastete, Plump-Pudding und Fünf-Uhr-Tee, gab Chrissy zurück. Kleinstadt-Meeph. Brixton? Fünf-Uhr-Tee. Joaquin wiederholte die Worte wie ein Mantra. Der Vergleich heiterte ihn enorm auf. Er strahlte geradezu. Gäste kamen ins Lisboa-Connection und er wandte sich mit einem bedauernden Blick von Chrissy ab. Sie war eine exquisite Zuhörerin. Es wird Zeit. Komm. Madison legte ihr die Hand auf die Schulter. Chrissy folgte ihr widerstrebend zum Computerplatz. Verdammt, wo blieben die Scrom-Exk? Die Freunde checkten ihre Handys. Madison und Raymond machten sich auf den Weg und Chrissy musste hier allein warten, bis sich irgendetwas tat. Das war bitter. Sie war total down. Nie hatte sie damit gerechnet, dass es so weit kommen würde.